Musik Das Gebet hat deshalb so starke Auswirkungen, weil es die Herzen der Menschen auf der Erde mit dem Herzen Gottes im Himmel vereint. Mit diesen Gedanken der Autorin Joyce Meyer begrüße ich euch herzlich zu Gebet für dich live. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin hier heute mit Isolde und Daniel Müller zusammen, die das Missionswerk Karlsruhe leiten und heute für euch beten werden. Hallo Isolde, hallo Daniel. Hallo Elena. Hallo Elena. Ich freue mich auf die Zeit mit euch. Danke, wir auch. Wie können wir mit Gott in Verbindung treten? Wie antwortet er? Macht Gebet überhaupt einen Unterschied? Über diese Fragen werden wir heute sprechen. Schreibt uns eure Anliegen oder ruft uns an, damit Isolde und Daniel für euch beten können. Ich bin Elena Wessling. Ich werde eure Gebetswünsche vorlesen und mit Daniel und Isolde über Gebet sprechen. Wir haben eben gehört, dass Gebet starke Auswirkungen haben kann. Habt ihr das auch schon erlebt? Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir das nahezu täglich erleben, weil wir für Menschen beten. Wir erleben krasse Anliegen, aber auch richtig tolle Gebetserhöhungen, wo Menschen todkrank, wirklich gesund werden, Parkinson geheilt, Krebs geheilt. Und das ermutigt auch oder auch für die eigene Sache. Wir haben ein großes Werk und wenn wir da Mittel brauchen und Gott erhört das Gebet. Also wir erleben da ganz, ganz tolle Sachen. Isolde, kannst du ein Beispiel aus deinem Leben erzählen? Ja, ich habe auch schon viele Gebetserhörungen erfahren, auch gerade in Bezug auf Krankheit, wo ich Schmerzen hatte oder auch Trigeminusneuralgie oder eine Allergie. Und wo Gott Gebet erhört hat und wo er geheilt hat. Und das ist natürlich eine wunderbare Erfahrung. Und auch in der Familie, wenn irgendwelche Nöte oder Sorgen sind. Und auch von den vielen Menschen, die uns immer wieder schreiben, was sie mit Gott erlebt haben. Das ermutigt doch sehr. Das heißt, wenn Gebet so stark ist, dann verschenke ich etwas, wenn ich nicht bete? Ja, auf jeden Fall, weil es liegt so viel bereit, was Gott uns geben möchte. Und ich glaube schon, dass wir vieles verschenken, weil wir nicht beten. Isolde, du hast eben von Gebetserhörungen erzählt. Und du hast uns heute Berichte mitgebracht von Menschen, die bei finanziellen Sorgen gebetet haben. Ja, und ein Mann schreibt uns, und er berichtet zuerst von seiner Ehe. Er schreibt, wir wollen euch von Gottes Liebe und Führung berichten. Gott hat uns und unsere Ehe geheilt und uns eine ganz neue Liebe füreinander geschenkt. Wir haben eine Gemeinde gefunden, in die wir uns integrieren wollen. Einen Tag vor dem zweiten Lockdown konnte ich meine Gaststätte mit Gewinn abgeben. Alle neun Mitarbeiter haben eine feste Anstellung. Gott ist so wunderbar. Ja, Gottes Versorgung ist wirklich wunderbar. Und eine zweite Gebetserhörung. Eine Frau schreibt uns, wie sie überreich beschenkt wurde. Sie schreibt, ich bin überreich finanziell zu meinem Geburtstag gesegnet worden und konnte die notwendige Kleidung kaufen. Gott allein die Ehre dafür. Ich habe für ein Handy gebetet und jemand hat es mir vorbeigebracht. Freunde haben es mir noch nachträglich zum Geburtstag geschenkt und erklärt. Halleluja. Ja, Gottes Versorgung ist auf verschiedene Weise immer wunderbar. Danke, Isolde. Wir haben einige Anliegen vorliegen. Bitte betet für mich. Ich habe seit Monaten ein Handexem. Ich habe viele verschiedene Kortison-Cremen bekommen. Leider ist es noch nicht geheilt. Und das zweite Anliegen. Ihr Lieben, meine Entzündungswerte sind hoch und mein Unterleib schmerzt. Jetzt weiß man nicht, woher die Entzündung kommt. Bitte betet für mich, dass meiner transplantierten Niere nie was passiert. Hoffentlich schlägt das Antibiotikum an, das ich jetzt bekomme. Möchtest du dafür beten, Isolde? Ja, gerne. Danke, Jesus, dass du die Person kennst mit dieser Hautkrankheit. Und ich danke dir, dass du diese Haut wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du es geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass diese Person wunderbar Heilung erfährt und dass dieses Ekzem verschwindet im Namen Jesus. Und ich danke dir auch für die andere Person, die eine neue Niere hat und die Angst darum hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du diese Person bewahrst und behütest vor irgendwelchen Infektionen oder was auch immer, dass diese Niere geschützt ist. Und auch die Symptome, die da jetzt sind, dass die weggehen. Danke, Jesus, dass du alles besiegt hast am Kreuz. Und wir danken dir für dein Eingreifen und dass du immer wieder Wunder tust. Danke, Jesus, für Schutz und Bewahrung für diese Person. Amen. Amen. Die Geschichte von Martin Seyfried ist harter Tobak. Als er mitten im Leben steht, bekommt er eine erschütternde Diagnose. Martin Seyfried ist 39 Jahre alt, als er wegen Schwindels und Gleichgewichtsstörungen einen Arzttermin zur Untersuchung bekommt. Die Situation spitzt sich so dramatisch zu, dass er bereits drei Tage vor diesem Termin in die Notaufnahme in Celle eingeliefert werden muss. Eine erste Diagnose? Hodentumor. Allerdings wusste ich bis dato nicht, was es für mich bedeutet. Ich habe es erst mal nicht als ernst eingeschätzt. Hatte gehofft, ich könnte zumindest erst mal zum Verarbeiten eine Nacht hier im RKH bleiben. Man musste mich aber wegen Behandlungsmöglichkeiten nach Hannover pflegen. Am selben Tag noch. Ich habe mich gefühlt wie im falschen Film. Ich wusste nicht, was mir geschah. Plötzlich musste es schnell gehen. Ich war im Transporter mit so einem RTW-Wagen. Ich habe diese Fahrt als endlos erfahren. Die Hauptdiagnose ist ein Hodenkrebs mit Metastasen überall im Bauchraum und im Kopf. Der Tumor im Kopf verursacht die aktuellen Beschwerden und muss dringend beseitigt werden. Diese Metastasen hatten schon das Kleinhirn befallen. Das sorgte dafür, dass ich diesen Schwindel, diese Gleichgewichtsstörung hatte. Das war etwas, was sofort behandelt werden musste. Ich weiß auch nur von der Prognose, 10 Prozent. Also man hat mir wirklich nicht gesagt, wie ernst es wirklich ist. Die größte Angst war nur diese Ungewissheit, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was mir geschah. Ich wusste ja, ich wusste auch gar nicht, werde ich jetzt sterben oder nicht. Also diese Ungewissheit, das war das größte Problem in diesem Moment. Martin ist mit seiner Unsicherheit nicht allein. Seit 2014 besucht er die Freie Evangelische Gemeinde in Celle. Als seine Diagnose bekannt wird, ist der Schreck und die Anteilnahme seiner Freunde groß. In dieser Zeit beten Menschen inständig für Martin. Sein Pastor Tobias Jakob besucht ihn sofort im Krankenhaus. Das war natürlich erstmal ein Schock und überraschend. Ich sag mal, Martin ist ein junger Mann aus meiner Gemeinde, der als sehr lebensfroh bekannt ist. Und das war im ersten Moment gar nicht vorstellbar, dass er akut im Krankenhaus ist. Ich war dann kurze Zeit nach der Operation an seinem Bett. Und das war für mich auch etwas sehr emotional, nochmal Berührendes, jemanden dort im Koma liegen zu sehen, mit offener Schädeldecke, an Maschinen angeschlossen. Und einmal mehr wusste ich, nur Gott kann ihm noch helfen in dieser Situation. Aber spätestens als man mich fragte, ob ich im Fall der Fälle bereit wäre, die Beerdigung durchzuführen, war mir bewusst, es geht um Leben und Tod. Dann habe ich umso intensiver natürlich für Martin gebetet. Wir haben in dieser Zeit eine Gebetswoche in unserer Gemeinde auch gerade gehabt. Und ich hatte eine intensive Zeit hier in unserem Gebetsraum. Und ich muss sagen, das war eine meiner intensivsten Gebetserfahrungen in dieser Nacht. Die risikoreiche Kopfoperation ist gelungen. Martin durchläuft noch einige Chemotherapien. Es war sehr anstrengend. In der ersten Chemo fing es an mit dem Haarausfall. Gott sei Dank blieben sämtliche andere Nebenwirkungen aus. Man hat noch von Übelkeit, von Erbrechen und alles berichtet. Aber Gott sei Dank hat Gott mich da großen, großen Teils verschont. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gleich wie vorher, auch vor der Erkrankung. Und ich kann wieder ganz normal im Leben teilnehmen. Und ich habe das Gefühl, Gott hat mich so gut durchgeführt. Ich kann den ganzen Aktivitäten wie vorher nachgehen. Ich engagiere mich zum Beispiel in unserer Gemeinde im Kindergottesdienst. Oder ich baue jetzt in der Corona-Zeit zurzeit Homeschooling-PCs für Kinder, die nicht zur Schule gehen können. Dieses Erlebnis mit Martin hat auch bei Pastor Tobias Jakob eindrückliche Spuren hinterlassen. Martin ist nicht nur genesen, sondern man muss sagen, niemand hätte damit gerechnet, dass er vollkommen wiederhergestellt wird. Und dass er wieder ganz der Alte wird, dass nichts an Folgeerscheinungen zurückbleiben würde. Und das ist für mich ein absolutes Gewunder, dass Gott nicht nur ein bisschen heilt, sondern vollkommen. Die Geschichte von Martin Seyfried könnte hier schon zu Ende sein, aber sie geht noch weiter. Wir werden später noch mehr über ihn erfahren. Vielleicht hast auch du eine Not, ein Anliegen, das dich belastet, wofür du beten möchtest. Vielleicht eine Familienangelegenheit oder du hast Probleme auf der Arbeit. Schreib uns einfach eine E-Mail an gebet-admissionswerk.de oder eine WhatsApp. Und wenn du mit jemandem sprechen möchtest, ist unser Gebetsteam am Telefon gern für uns da. Du erreichst uns unter 0800 240 44 70. Der Anruf kostet euch nichts. Und wenn du uns gerade auf YouTube zuschaust, kannst du dein Anliegen direkt in die Kommentare schreiben. Iseude und Daniel, in unserem Eingangszitat heißt es, das Gebet das Herzen der Menschen auf der Erde mit dem Herz Gottes im Himmel vereint. Das heißt, das hat etwas mit Kennenlernen zu tun? Ja, das hat etwas mit Kennenlernen zu tun. Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, dann müssen wir uns mit ihm beschäftigen. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn wir ihn kennenlernen wollen, müssen wir mit ihm reden. Wir können beten, wir können Bibel lesen und wir können auch über sein Wort nachdenken. Und das ist wunderbar. Und bei diesen Gelegenheiten lernen wir ihn kennen. Wie kann ich Gott kennenlernen, wenn ich noch nie in der Bibel gelesen habe, wenn ich gar nicht weiß, wie das funktioniert? Ja, man kann einfach mit ihm reden, so wie wir uns zusammen unterhalten. Es ist eigentlich ganz einfach. Man braucht kein Vorwissen oder keine bestimmte Position oder Platz, sondern man kann jederzeit mit ihm reden. Und wie gesagt, das ist ganz einfach. Uns haben zwei Anliegen erreicht, bei denen es um dramatische gesundheitliche Probleme geht. Mein Mann ist bei einem Palliativarzt in Behandlung. Es ist so furchtbar und traurig mit anzusehen, wie schlecht es ihm geht. Und das zweite Anliegen, bitte betet für meine Mutter. Letzte Woche hatte sie eine medizinische Untersuchung. Da wurde festgestellt, dass sie einen Zwerchfellbruch und Probleme im Darm hat. Bitte betet, dass keine OP nötig ist. Und falls es trotzdem zu einer Operation kommt, dass dann alles schnell heilt und wieder in Ordnung kommt. Ja, wir dürfen gerade für solche Unmöglichkeiten beten, dass Gott wirklich ein Wunder tut. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir ganz besonders diesen Mann dir bringen, Herr. Schenk ihm einen innerlichen Frieden. Aber auch, Herr, wir glauben, Herr, bis zum letzten Atemzug auch an Heilung. Und danke, Herr. Danke, Herr, dass du ihn berührst, dass du ihn heilst. Ich danke dir dafür, dass du auch da ein Wunder tust. Und auch bei dieser Frau, Herr, du kannst es verhindern, dass eine OP nötig ist. Aber, Herr, lenke auch die Ärzte, segne die Ärzte. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir das ganze Team, Herr, segnen Patienten und Ärzte. Und ich danke dir dafür, dass du da auch wunderbar eingreifst. Amen. Iseude, du hast uns noch einen Erfahrungsbericht mitgebracht aus einer Gebetsnacht. Was ist eine Gebetsnacht? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, in einer Gebetsnacht wird gebetet, so wie es auch das Wort schon sagt. Und wir hatten jetzt im April eine, leider nur per Livestream, weil es nicht möglich war mit Menschen. Und da werden wir, oder da singen wir immer, da wird viel gebetet, da haben wir einen Input für bestimmte Themen. Und das ist immer eine wunderbare Sache. Und Menschen erleben da wirklich auch Gottes Hilfe. So wie auch diese Frau hier schreibt, Gott befreit auch von Bedrückung und Belastung. Und sie schreibt, bei der Gebetsnacht am 2.4.2021 habe ich Befreiung und innere Heilung von negativen Worten, die über mir ausgesprochen wurden, erlebt. Sie haben mich immer belastet. Durch die Predigt und die Gebete während der Gebetsnacht spüre ich Erleichterung und Befreiung. Danke, Jesus. Danke für euren Dienst. Das ist wirklich eine andere Lebensqualität, wenn man so Bedrückungen und Befreiungen einfach erlebt von Bedrückungen. Vielen Menschen geht es wie Martin Seichfried, den wir eben im Filmbeitrag gesehen haben. Sie sind krebskrank und stehen kurz vor dem Tod. Bei Martin hat das Gebet eine Veränderung geschaffen. Andere sterben trotz Gebet. Ja, es ist wirklich Gottes Sache, wenn unsere letzte Stunde ist. Und wir haben auf der Erde nicht die Zusage, dass wir auf der Erde ewig leben. Es ist irgendwann für uns alle einmal auf der Erde ein Ende. Wir haben durch unseren Glauben ewiges Leben. Aber wir dürfen bis zum letzten Moment auch wirklich glauben, dass Gott ein Gebet erhört. Wir haben da schon erlebt, dass sozusagen in den letzten Minuten ein Wunder geschah und sofort die Leute geheilt wurden. Das ist das, wie wir es uns wünschen. Aber ich habe auch sehr schmerzlich eine Tante verloren, wo wir auch sehr geglaubt haben, weil sie war ein gläubiger Mensch, hat selbst sehr viel gebetet und sie ist heimgeholt worden. Und das ist ja, Gott ist größer und wir dürfen uns nicht über Gott stellen, aber jeden Moment auch erwarten, dass er ein Wunder tut. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Wenn ihr auch Gebet einfach mal ausprobieren wollt, dann traut euch und schreibt euer Gebetsanliegen per E-Mail oder ruft uns an. Daniel und Iseude beten gern für euch. Zwei akute Bitten um körperliche Genesung haben uns erreicht. Seit über zehn Jahren plagt mich eine Stoffwechselentgleisung, die sämtliche Organe und somit meinen ganzen Körper beeinträchtigt. Ich leide seit einigen Wochen unter unerträglichen Knieschmerzen, schreibt eine andere Person, die mir den Alltag sehr erschweren. Ich habe Arthrose und zusätzlich Probleme mit dem Innenmeniskus. Ich wäre sehr dankbar für euer Gebet und bitte Gott inständig um Heilung. Ja, das tun wir gerne. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst mit dieser Stoffwechselerkrankung. Und ich danke dir, dass dieser Körper wieder normal funktioniert, dass er in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt, dass dieser Stoffwechsel wieder in das richtige Gleis kommt. Danke, Jesus. Danke, dass du diese Person berührst und dass sie wirklich deine Kraft und deine Heilungskraft verspüren darf. Danke, Jesus, dass du Wunder tust. Und wir vertrauen dir und wir glauben dir auch für die zweite Person, die so mit dem Knie zu tun hat. Danke, Jesus, dass diese Schmerzen ein Ende haben, dass sie entmachtet sind durch das Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie vollkommen wiederherstellst, dass dieses Knie wieder funktioniert, auch der Meniskus und dass diese ganzen Schmerzen verschwinden. Danke, Jesus. Du bist der Herr über diesen beiden Personen und wir danken dir, dass du eingreifst. Amen. Amen. Für viele ist Gebet vielleicht eine Einbahnstraße. Sie formulieren ihre Bitten an Gott und hoffen, dass er antwortet. Aber ist es auch möglich, dass Gott im Gebet zu uns spricht? Ja, selbstverständlich. Also das ist das, was wir auch erwarten. Aber wir müssen auch eine Sensibilität entwickeln. Nicht einfach so, ja, ich rede, Gott antwortet. Meistens reden wir viel und haben gar kein Ohr mehr für Gott. Aber ich habe Gott eigentlich einmal richtig wie aus einem Lautsprecher gehört, mit einer Antwort. Aber meistens ist es so, dass es durch einen Eindruck kommt. Während ich bete, dass ich die Antwort bekomme. Ich spüre eine Antwort, die ich vorher nicht hatte. Oder im ganz normalen Leben oder wenn ich was anschaue, kommt es, springt es mich an oder kommt es und sagt, das ist die Antwort. Also Gott kann durch so viele Dinge zu uns reden. Du hast das Wort Eindruck gewählt. Das heißt, wenn ich im Alltag unterwegs bin, dann kann Gott auf verschiedene Arten und Weisen zu mir sprechen? Ja, man hat irgendwie die Gewissheit, dass das jetzt Gottes Reden war. Und das kann auf vielerlei Weise passieren. Und zu mir redet Gott meistens durch sein Wort. Wenn ich die Bibel lese und dann ein Bibelfest, der springt mich direkt an und der spricht zu mir. Und dann weiß ich, das ist meine Antwort. Und das passt dann auch. Und man weiß, das ist jetzt ein besonderer Moment für mich, für eine Antwort. Muss ich mich dafür zurückziehen? Zurückziehen ist immer gut. Das ist das, was wir sehr, sehr wenig haben in unseren Tagen, wo Stress ist. Eins folgt auf das andere. Das ist nicht ein Muss, aber man kann viel besser Gott hören, wenn man Zeit dazu hat. Und ich liebe es und empfehle auch jedem, einen schönen Platz auszusuchen. Im Wohnzimmer, im Garten oder im Wintergarten oder irgendwo, wo man sehr gerne ist. Oder auch einen Platz. Ich liebe auch Perspektive, wo man in die Weide schauen kann. Und da ist es viel leichter, von Gott zu hören, als wenn man irgendwo ganz eng und im dunklen Keller sitzt. Also das ist ein Tipp von mir. Was ist, wenn ich beim Beten keine Worte finde? Man kann einfach drauflos reden, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Man braucht keine bestimmten Regeln oder Plätze oder egal was. Man kann einfach mit Gott reden. Er ist immer da, er ist immer für uns bereit und es ist ganz einfach, mit ihm zu reden. Ihr habt, glaube ich, auch einen Tipp, wenn die Worte beim Gebet fehlen könnten, oder? Ja, wir haben einen Leitfaden entwickelt mit Gebete drin, wo wir das Vaterunser drin haben. Auch für verschiedene Lebenssituationen haben wir da Gebete formuliert. Das ist nicht das, wo man unbedingt anwenden muss. Aber wenn man sagt, ich weiß nicht, wie man es formulieren kann, ich weiß nicht, wie man beten soll, ist das bestimmt eine ganz gute Hilfe. Und diesen Leitfaden kann man bei uns kostenlos bestellen. Super. Wenn Gott dann zu mir spricht im Gebet, redet er mir dann nicht ins Leben rein? Ja, ich glaube, wir wollen, dass er uns ins Leben reinredet. Ob wir uns ins Leben reinreden lassen, das ist oftmals nicht so. Wir wollen eine Antwort von Gott und sagen, nee, ich stelle mir das anders vor und mache es anders und laufen gegen die Wand. Und beten dann noch und sagen, Gott, wie kannst du das zulassen? Aber wir haben nicht sein Reden umgesetzt. Klar, Gott redet in unser Leben hinein durch sein Wort, durch Situationen. Wir müssen auch sensibel werden, sie zu deuten und sie umzusetzen. Danke für eure Tipps. Wir haben weitere Gebetsanliegen erhalten. Ich bitte um Befreiung vom Tinnituspfeifen in meinem Kopf, schreibt eine Person. Und die andere Person schreibt, ich bitte um die Heilung meiner rechten, entzündeten Schulter. Danke, Herr. Danke, Herr, dass diese Geräusche von dem Tinnitus, der ganze Tinnitus wirklich verschwindet. Die ganzen Symptome und alles, was drumherum ist. Ich danke dir dafür, Herr, dass du Ruhe in diesem Gehörgang schenkst, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du auch wunderbar diese andere Person berührst, Herr. Alle Schmerzen und Schulter und was alles, was alles klemmt und wehtut, Herr, dass Heilung da ist. Danke, Herr. Amen. Wenn ihr auch möchtet, dass wir für eure Bitten beten, dann schreibt uns gern oder ruft uns an. Das Gebetsteam freut sich auf euren Anruf. Wir haben vorhin die Geschichte von Martin Seyfried gesehen. Eine Kopfoperation hat er überstanden, aber die nächste Operation steht an. Bei Martin Seyfried wurde ein Hodenkrebs festgestellt, mit Metastasen überall im Bauchraum und im Kopf. Der lebensbedrohliche Tumor im Kopf ist bereits beseitigt worden. Im Juli 2019 steht dann die Hodenoperation an. Ich war sogar froh, dass es dann zu einem Termin kam, denn dann wusste ich, es geht vorwärts, es geht voran. Die Ärzte machen was, dass es nicht das Gefühl gibt, ich bin aufgegeben, sondern es geht voran und der primäre Tumor verschwindet. Irgendwann kamen dann auch wirklich mal so Ängste, weil natürlich macht man sich schon Gedanken, ob mir die Ärzte was verschweigen, ob man mir nicht alles sagen möchte. Ich war irgendwann schon mit den Gedanken, überlebe ich das überhaupt, ist jetzt irgendwann mal Ende. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe mehrmals gebetet, die anderen haben für mich gebetet. Ich hatte wirklich Momente gehabt, wo ich wirklich auch mit ihm gesprochen hatte und ihn bat, dass er mich da durchträgt. Und andere haben es auch für mich getan und ich bin so froh. Einige Monate nach der Hodenoperation besucht Martin einen Gottesdienst des Missionswerk Karlsruhe in Hannover und lässt dort noch einmal für Gesundung beten. Es war sehr intensiv. Es ging ja damit los, man konnte sich einreihen, man konnte sich dann halt eben damit aufstellen. Richtung Bühne und für jeden Einzelnen wurde gebetet, mit Handauflegen. Das waren Daniel und Isolde und das war schon richtig toll. Ich hatte wirklich auch diese Anwesenheit gespürt, dass Gott da wirklich mit dem Spiel ist und dass es auch wirklich geführt ist, dass er mich zu diesem Heilungsgottesdienst gebracht hat. Bleibt das Zittern bei Kontrolluntersuchungen? Ja, die letzte Kontrolluntersuchung ist zum einen Routine. Man hat ja die Gewissheit und die Ermutigung und die Hoffnung, dass Gott immer da ist und dass er auch keine halben Sachen macht. So sage ich das immer ganz gerne. Aber dennoch bleibt immer der Gedanke, na, hoffentlich gibt es da keinen Rückschlag oder eine Rückkehr des Tumors. Sein aktuelles Ergebnis? Ja, die Tumormarker sind konstant neutral. Keine Veränderung, keine Aktivität. Im Ergebnis heißt es tumorfrei. Es bin zurzeit, wie die Ärzte sagen, krebsfrei. Dankbarkeit ist für mich ein sehr großes Thema, weil der Dank, das kann man einfach gar nicht menschlich fassen, das ist so eine große Dimension. Er hat mich befreit, er hat mir Gesundheit, Heilung geschenkt und ich darf hier auf der Erde bleiben. Es ist einfach unglaublich. Martin Seyfried stand zwischen Leben und Tod und Gott hat sein Leben verlängert. Das klingt wirklich nach einem Wunder. Und genau das wünschen wir uns auch für das nächste Gebetsanliegen. Unser Sohn bekommt Medikamente gegen Epilepsie. Bitte betet, dass er keine Nebenwirkungen von der Corona-Impfung bekommt und alles gut verkraftet. Ja, da beten wir gerne. Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Epilepsie besiegt hast am Kreuz. Und wir danken dir, dass das aufhört und dass dieser Körper wieder in den normalen Zustand, wie du ihn geschaffen hast, zurückkehrt und dass diese Krankheit besiegt ist. Wir danken dir, Jesus. Aber auch, dass die Impfung keine Nebenwirkungen hat. Danke, Jesus, dass das gut vertragen wird und dass dein Schutz über diese Person ist, über diesen Sohn. Danke, Jesus, dass du da eingreifst und dass dein Schutz über dieser Impfung auch liegt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Auch das folgende Anliegen klingt nach einer großen Not. Ich habe seit Tagen starke von der Halswirbelsäule ausgehende Schmerzen und Beschwerden, die in den oberen Stirn- und Kopfbereich ausstrahlen. Verbunden mit kurzen, intensiven Schwindelattacken, die mich sehr belasten und Ängste schüren, es könnte schwerwiegenderes sein. Ja, oftmals sind die Ängste größer wie die Krankheit, weil man sich sehr viel vorstellt, was das sein kann. Man liest viel, man hört viel und da wollen wir jetzt auch dafür beten. Danke, Herr. Danke, Herr. Nimm auch jegliche Angst und jegliches vorstellen, was das sein kann. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir wirklich diesen Nerven und Nervenbahnen befehlen, dass sie richtig funktionieren und dass genügend Platz ist in den Nervenkanälen, dass das alles richtig funktioniert. Und ich danke dir dafür, dass wir auch da deinen Schöpfungszustand herbeirufen dürfen. In deinem Namen, Jesu. Amen. Danke, Isolde und Daniel, dass ihr heute mit uns gebetet habt. Sehr gerne. Gerne. Uns haben mehr Anliegen erreicht, als wir hier heute vorlesen konnten. Ja, wir möchten auch für die beten hier und wir beten auch weiter. Unser ganzes Team ist am Beten und wir beten auch jeden Sonntag über den Anliegen. Aber ich möchte jedem sagen, der jetzt sagt, hätte ich doch geschrieben, hätte ich doch in den Chat geschrieben oder eine E-Mail geschickt, mach dich jetzt eins mit uns und wir wollen jetzt dafür beten. Herr, ich danke dir dafür. Du kennst jetzt jeden Zuschauer, jeden, der geschrieben hat oder nicht geschrieben hat, ob das Anliegen schwerwiegend ist oder eine Kleinigkeit. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt jedem nahe bist. Herr, dass du jedem deine Liebe zeigst, ob er dich kennt, ob er dich mag, ob er abgeneigt ist von dir. Ich danke dir dafür. Herr, du liebst jeden Menschen und ich danke dir. Lass das auch einen jeden Menschen verspüren, dass es einen lebendigen Gott gibt, der da liebt, der da berührt, heilt und rettet. Danke. Amen. Amen. Schickt weiter eure Anliegen. Das Gebetsteam betet regelmäßig für euch, auch nach der Sendung. Für heute verabschieden wir uns. Seid auch am 11. August um 19 Uhr bei unserer nächsten Ausgabe von Gebet für dich live dabei. Bis dahin könnt ihr jeden Mittwoch und Freitag um 12 Uhr mittags auf YouTube von Daniel und Isolde ermutigt werden in der Sendung Hoffnung um 12. Wir wünschen euch Gottes Segen. Jetzt auch für Sie. Passend zum heutigen Thema haben wir einen vertiefenden Leitfaden geschrieben. Hilfreich, informativ und glaubensstärkend. Jetzt einfach kostenlos bestellen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020